Hallo und herzlich willkommen hier am Montagabend um halb 8 Uhr auf Radio Meltdown.ch Es ist wieder Zeit für Favorites, diesen Monat will ihr sicher wissen mit dem Light-Thema Bands mit zwei Mitgliedern. Ich habe mir zu dem Thema die Band oder besser das Duo Chris & Thomas ausgesucht. Das besteht zum einen aus Christopher Andersen, er ist Amerikaner, und Thomas Hien, er ist ein Deutscher. Die zwei haben sich kennengelernt am Liverpooler College of Art, dort wo sie John Lennon und Paul McCartney damals kennengelernt haben, bevor sie später die Beatles gegründet haben. Sie haben sich dann sehr gut verstanden und in den späten 90er Jahren zusammen eine Reise-Kochshow aufgezogen. Sie haben hier mit einem alten Van umgebaut zu einem 5-Sterne-Restaurant auf Radar und haben dort drin Dinnerpartys für diverse britische Promis organisiert und sind so etwas rumgezogen. Sie haben dann aber irgendwann gefunden, sie sollten doch zu ihrer grossen Passion zur Musik zurückkehren und haben so dann 2003 ihr Live-Debut gegeben. Auf ihre Musik gestossen bin ich 2010, als ich den deutschen Road-Movie Friendship mit Matthias Schweighöfer gesehen habe. Chris & Thomas haben dort zum Soundtrack ein paar Songs beigestuert, unter anderem der instrumentale Theme Song, der mir sehr gut gefallen hat. Ich bin dann nachgegangen und habe herausgefunden, dass sie im 2006 schon ihr Debutalbum Land of Sea herausgegeben haben. 2011 haben sie dann auch noch ihr zweites Album herausgegeben, Into the Sun heisst das. Ich möchte euch jetzt aber das Debutalbum vorstellen. Land of Sea ist ein ruhiges Volk-Album mit sehr sparsamer Instrumentierung. Es hat so diesen Live-Feeling, wie man sich die zwei vorstellen kann, wie sie dort sitzen oder stehen und die Musik so spielen. Bei mir ihrer Musik ganz klar am meisten fasziniert ist der Gesang. Sie singen eigentlich durchgehend zweistimmig und schaffen es irgendwie die zwei Stimmen so ineinander zu verweben. Dass man kaum merkt, wer jetzt welche Stimme genau singt. Man hört es wirklich kaum aus, ich kann es kaum unterscheiden. Und da gibt dann so die schöne Einheit von zweistimmigem Gesang, wie es nur wenige Duos schaffen. Wenn man jetzt einen Vergleich herziehen möchte mit z.B. Simon & Garfunkel ist das sicher nicht ganz fair. Aber für mich persönlich spielen sie durchaus auf einem ähnlichen Level, was auch den Gesang betrifft. Produziert worden ist das Album Land of Sea von Mark Howard. Er hat nebst divers anderen Grössen, früher auch mit Bob Dylan und Iggy Pop, auch mit U2, zusammen gearbeitet. Das merkt man im Album durchaus auch an. Trotzdem, wie ich schon erwähnt habe, einfache Arrangements ist der Sound top und es ist wirklich solide produziert. Meine Lieblingstracks auf dem Album sind Broken Chair, Take These Thoughts und Time To Find Out. Es sind alle von der Gitarre her betrachtet eher Picking-lastig, was mir sehr gut gefällt. Ich kann aber das ganze Album wirklich uneingeschränkt empfehlen. Abgesehen von ein, zwei kleinen Absackern, die jetzt für mich etwas lasch ausgefallen sind. Ich kann das Album sehr gut empfehlen zum Hören beim Autofahren. Dort läuft das bei mir sehr oft. Und sonst einfach, wenn man mal gemütlich ein schönes Volk-Album hören möchte, dann wäre ich auch empfehlenswert. In dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spass beim Hören des Albums. Allen eine schöne Verkürze, Arbeits-, Studiums- oder was auch immer-Woche. Und schaltet die nächste Woche wieder ein, wenn es bei uns bei Favorites zum Thema Open Air St. Gallen-Acts kommt. Tschüss miteinander.